Ist das nicht deprimierend? Es gibt doch so viele Arbeitssuchende, Herr Ries. Aber Sie sind einfach nicht in der Lage, uns einen Bewerber zu schicken, der für diese einfache Arbeit hier traut. Staatlich geprüfter Krankenpfleger, wenn Sie vielleicht mal einen... Hab ich einen Wehrgang für häusliche Pflege absolviert? Das Menschliche interessiert mich daran am meisten. Ich liebe behinderte Menschen. Ich habe einen Ersthilfekurs absolviert, und zwar als einer der besten Absolventen des ganzen Kurse. Gut gesessen. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Glaubt ihr seid was besseres, bloß weil ihr in so einem Palast wohnt, wo man stundenlang den Eingang nicht findet? Ich will jetzt endlich meine Unterschrift. Also, was genau wollen Sie von mir? Ihre Unterschrift? Ich brauche drei Absagen fürs Arbeitsamt. Ich verstehe. Sie brauchen Geld. Kommen Sie morgen früh um neun wieder, dann kriegen Sie die Unterschrift. Ich will Sie ja nicht um die Arbeitslosen Geld bringen. Na also, geht doch. Na halt, 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 halt. Bei einem Tetraplegiker sind alle vier Gegenmaßen gelegt, im Gegensatz zu einem Paraplegiker, der seine Arme noch bewegen kann. So. Athracome Ich habe нач%be insignificant Platz wanting, indem ich bloß muss auch auf dem Abfall. Wie ist denn das Web in deredge what er noch verrunde Sie? N ColonelGier. Bein lists Shdırte. Mein pile bis... Fin im in das Leben aus meiner Sicht! Ich werde Hello etwas ab jetzt werden!